Guten Abend, Herr Bürgermeister. Schönen guten Abend. Über 340 Neuinfektionen in Wien innerhalb von 24 Stunden. Hat die Stadt die Ausbreitung von Corona hier noch im Griff? Wir haben die Situation immer sehr ernst genommen. Das war ja der Grund, warum ich von Beginn an gleich einen ärztlichen Krisenstab eingerichtet habe, schon am 27. Jänner. Und wir haben vor allem immer versucht, die kritische Infrastruktur in den Spitälern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Pensionistenwohnhäusern zu sichern, damit das Virus nicht bei der älteren Generation einschlägt. Und es ist uns auch gelungen, die spitalisierten Personen sehr stabil zu halten, intensiv Patienten möglichst gering zu halten. Aber Sie haben recht, es steigen die Zahlen der Infizierten in allen urbanen Räumen, auch in Österreich, europaweit. Und von daher werden wir alles dran setzen, um diese Zahlen auch wieder zu reduzieren. Speziell die Wienerinnen und Wiener sind natürlich hier betroffen. Und die EU-Kommission hat heute am Nachmittag gesagt, es wäre das Beste, wenn zwischen Anruf bei 1450 in unserem Fall und dem Testergebnis 24 Stunden liegen würden. Das tut es in Wien nicht. Was setzen Sie daran, das zu ändern oder diese Zeitspanne auf 24 Stunden hinzubekommen? Also wir haben im ersten Schritt das Personal ganz stark angepasst an die Situation. Ich habe schon im Sommer 120 Ärzte und Ärztinnen neu eingestellt, 120 Personen im Pflegebereich. Und jetzt geht es darum, auch in den Strukturen mehr Personal zum Einsatz zu bringen. Wir werden rund 1000 Menschen zusätzlich beschäftigen. Wo kommen die her? Das sind Personen, die zum Teil schon im Umfeld der Stadt tätig sind, zu einem größeren Teil aber neu aufgenommen werden. Es ist mir ein Anliegen in der jetzigen Arbeitsmarktsituation, insbesondere Frauen und Männer, die über 50 sind, am Arbeitsmarkt stark unter Druck kommen, auch hereinzuholen in den Arbeitsmarkt. Also das wird eine Personengruppe sein, um die wir uns besonders bemühen. Und wann sind die, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wann sind die sozusagen einsatzfähig? Die müssen ja wahrscheinlich in vielen Fällen auch eingeschult werden. Das ist richtig. Wir stellen auch laufend ein. Wir haben auch über den Sommer schon Personen eingestellt. Das wird jetzt fortgesetzt. Und es ist mir wichtig, dass wir aber auch neue zusätzliche Strukturen schaffen. Denn es ist nicht nur eine Frage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch der Strukturen. Wir werden deshalb in den nächsten Tagen eine weitere Fast-Line eröffnen beim Prater-Stadion. Dort, wo wir jetzt schon eine Teststraße haben, eine zusätzliche. Dort können Menschen mit geringen Symptomen sich melden, mit dem eigenen Pkw kommen, werden schnell getestet. Also das sichert die Möglichkeit, dass wir Personen, die von sich selbst den Eindruck haben, beziehungsweise nach einem Gespräch bei der Nummer 1450, den Eindruck gewonnen haben, dass sie Symptome haben können, besonders schnell getestet. Und ein besonders wichtiger Themenschwerpunkt jetzt im Herbst sind die Schulen. Wir sind im engeren Kontakt mit dem Bildungsminister Faßmann und wollen mobile Teams einsetzen, direkt bei den Schulen, wo wir Schnelltestungen vornehmen. Mit Gurgeltests. Da bin ich sehr stolz, dass wir die in Wien nicht nur finanziell unterstützt haben, die Entwicklung dieses Gurgeltests, sondern dass die Frau Dr. Vöding und ihr Team, die ja in einem Wiener Spital tätig sind, diesen Gurgeltest auch entwickelt haben. Und da ist es möglich, in den Schulen besser und schneller zu testen. Und wir sind jetzt dabei, den nächsten Schritt zu machen, dass wir auch Testformate finden für Kindergartenkinder. Denn Kindergartenkinder können auch nicht gurgeln. Also von daher sind wir dabei, auch etwas für Kindergartenkinder neu zu entwickeln. Sie haben gesagt, Sie haben im Sommer schon begonnen aufzustocken. Aber jetzt ist es ja wichtig. Warum hat man das noch nicht so kommen sehen? Man hat immer gerechnet, dass im Herbst mehr Patientinnen und Patienten oder mehr Nachfrage bestehen würde. Warum hat das so schwerfällig jetzt begonnen? Also im Recht, es war zu erwarten, dass im Herbst die Zahlen steigen. Nicht nur in Wien und in Österreich, sondern europaweit. Dass es allerdings mit so einer Dynamik kommt, hat verschiedene Gründe, die sich auch daraus ergeben haben, dass über den Sommer doch eine stärkere Freizeugigkeit bestanden hat. Wir haben in Wien ja immer darauf gedrängt, dass man Mund-Nasen-Schutz nicht nur in den Supermärkten, Apotheken und Trafiken verwenden soll, sondern generell im Geschäftsleben. Und uns macht besonders viel Sorge auch diese illegalen Partys, wo viele Menschen auf engen Raum offensichtlich das Virus auch weitergegeben haben. Darum habe ich sehr stark darauf gedrängt, dass es auch von den Bundesgesetzen her eine Möglichkeit gibt, dass wir gemeinsam mit der Wiener Polizei stärker eingreifen können und falls notwendig, solche illegalen privaten Clubs auch schließen können. Ab Montag ist ja Sperrstunde, ein Uhr auch für sozusagen private Treffen. Was erhoffen Sie sich davon? Wird die Wiener Polizei da stärker kontrollieren? Ja, wir kontrollieren jetzt schon gemeinsam statt Wien und Wiener Polizei. Wir haben auch die ersten Clubs schon geschlossen. Aber natürlich ist jetzt diese Handhabe, die wir von Seiten des Bundes bekommen, eine noch bessere Ausgangslage schärfer vorzugehen. Und ich freue mich sehr, dass auch aufgrund unserer Anregung der Bundesgesetzgeber entscheiden wird, dass es zusätzlich zu den bundesgesetzlichen Bestimmungen die Möglichkeit gibt, im Rahmen der Bundesländer noch regionalen Überlegungen vorzugehen. Ich glaube, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir unsere schärfere Linie, die wir in Wien immer gefahren sind, auch entsprechend umsetzen können. Heißt das auch Gästeblätter, wo man sich registrieren muss, wenn man ein Lokal besucht? Ja, also Sie haben völlig recht. Das ist eine Forderung, die wir ganz massiv stellen, dass man, wenn man in ein Lokal geht, Name, Adresse, Telefonnummer hinterlässt, um die Möglichkeit zu schaffen, Contact-Tracing entsprechend umzusetzen. Wir haben das mit großem Erfolg gemacht beim Filmfestival am Rathausplatz. Das war ja immer eine Begegnungsstätte für tausende Menschen. Das war dieses Mal im Sommer coronabedingt anders. Es hat aber vielleicht auf einige abgeschreckt hinzugehen. Ja, es war aufgrund der Möglichkeiten, wir konnten ja nicht mehr als 500 im Filmbereich und 500 im kulinarischen Bereich unterbringen, war das immer ausgelastet. Aber Sie haben recht, es konnten nicht alle berücksichtigt werden. Aber es war kein Problem, dass alle Besucherinnen und Besucher, Name, Adresse, Telefonnummer uns hinterlassen haben und damit die Möglichkeit geschaffen haben, falls wirklich ein Fall auftreten sollte, dass wir dem nachgehen können. Erfreulicherweise ist das nicht passiert. Aber man sieht, dass die Bevölkerung sehr verständnisvoll ist, wenn man es gut erklärt und gut vermitteln kann, transparent gestaltet. Also ich bin sicher, dass die Wiener Bevölkerung da mitzieht. Wegen des Aufstockens der Mitarbeiterinnen, der Helferinnen und Helfer haben die NEOS heute vorgeschlagen, man könnte ja Personal der Park-Sheriffs sozusagen rekrutieren. Die wären schnell verfügbar. Ist das etwas, mit dem Sie was anfangen könnten? Naja, wir rekrutieren eher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadt Wien, die jetzt im Homeoffice sind, nicht unmittelbar eine Aufgabe zu erledigen haben. Also da erwarten wir uns auch eine gewisse Anzahl an Personen, die schon geübt ist, auch im Telefonieren, im Kundenkontakt. Und von daher gehen wir davon aus, dass das nicht notwendig sein wird. Und wie gesagt, meine Ambition ist, dass wir auch zusätzliche Menschen, die über 50 sind, in Arbeit bringen. Kommen wir oder bleiben wir eigentlich bei einem Wirtschaftsfaktor. Wird es einen Gastro-Gutschein nach dem Auslaufen jetzt Ende September noch einmal geben, um der Wirtschaft zu helfen, um die Menschen aber auch hinaus in die Lokale zu bringen? Ja, der Gastro-Gutschein war, wie ich meine, eine gute Maßnahme, um nach dem Lockdown die Menschen wieder zu animieren, in Lokale zu gehen und auch Geld auszugeben. Wir haben 25 Euro für Ein-Personen-Haushalte, 50 Euro für Mehr-Personen-Haushalte vorgesehen. Und es war wirklich so, dass viele Betriebe auch mit Unterstützung des Gastro-Gutscheins überlebt haben. Wir haben jetzt vor, dass wir im Gemeinderat nächste Woche ein Maßnahmenpaket für Hotellerie und Gastronomie in der Größenordnung von 22 Millionen Euro beschließen werden. Das ist ein wichtiger Schritt, wird sicher nicht der letzte sein. Und mir ist ganz wichtig, dass wir auch die Möglichkeit schaffen, dass der Fixkostenzuschuss, der ja in Aussicht gestellt ist, dass der auch abgerufen werden kann von den Unternehmen. Aber wie wird das möglich sein, wenn der Finanzminister mit der EU gerade streitet? Ja, also ich habe gerade vor einer Stunde ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit Professor Dr. Sellmeier, also dem Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich und dem Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck, wo wir zu dritt überlegt haben, welche Maßnahmen man hier setzen kann. Und ich bin sehr optimistisch, dass es möglich ist, wenn man gesprächsbereit ist auf Augenhöhe, dass sehr schnell Lösungen zu finden. Man sollte nur nicht vergessen, von den acht Milliarden, die bewilligt sind von der Europäischen Union, sind erst 200 Millionen Euro abgerufen in Österreich. Das heißt, es gibt jetzt noch ein Riesenpotenzial, das man verwenden könnte, um österreichische, um Wiener Unternehmer zu stärken. Und die EU-Kommission ist durchaus bereit, auch darüber nachzudenken, dass es ein weiteres Paket gibt unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also da sehe ich eine hohe Gesprächsbereitschaft. Positive Signale. Vielen Dank für den Besuch im Wien-Hortestudio. Danke für die Einladung. Und alle Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen zur Wien-Wahl hören Sie nächste Woche auch auf Radio Wien im ganz persönlichen Gespräch zwischen 8 und 9 in der Sendung der Blick hinter die politische Fassade auf Radio Wien.